Musik 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 Nachdem wir im letzten Part mit dem dritten Dungeon Lord Jabu Jabus Bauch fertig geworden sind und wir nun den dritten heiligen Stein haben, den letzten der uns noch fehlte, geht es nun auf zur Prinzessin Zelda. Leute, wir haben unser Schicksal erfüllt, unsere Mission erfüllt und oh, ist doch alles cool. Hier, diesen geilen Teleporter haben wir auch im letzten Part hier bekommen. So lässig. Leute, wir machen uns ganz langsam auf den Weg. Was heißt ganz langsam? Alter Mann, wir haben alle heiligen Steine. Wir haben das Spiel ja fast durchgespielt und hier ist sie, die Prinzessin. Die hat uns schon in viele Schwierigkeiten gebracht, unsere zukünftige Frau hier. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Ja, ja, Schatz, wir heiraten irgendwann mal. Das ist ja echt so ein Verlobungsstein. Was sagt denn der König dazu eigentlich, dass wir sie jetzt gerettet haben? Kriegen wir keine Belohnung? Hey, hallo. Oh, Michi, ihr habt also Prinzessin Ruto gerettet. Ich bin sehr froh darüber. Okay, er ist sehr froh darüber. Sehr gut. Wir haben den wertvollsten Engelschatz vom König gerettet. Bekommen gar nichts. Aber er ist immerhin froh darüber. Das freut mein Herz. Das ist sehr wunderbar. Das ist lässig, ne? Was anderes kann ich mir gar nicht wünschen. Und jetzt können wir hier mal gucken. Hier ist ein Bienenstock oben. Ist euch sehr schon aufgefallen, oder? Schauen wir mal. Weil mit dem Dingens... Nein, Ziel sollte man halt auch. Mit der Steinschleuder kann man das ja nicht runterschießen. Haben wir schon. Jawohl! Gar nichts. Lame, 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 lame. Hier ist noch einer. Wieso sind da Bienenstöcke? Leute, warum sind hier Bienenstöcke? Aber keine Bienen. Sollen wir den dritten auch hinmachen? Bringt zwar überhaupt nichts, aber... Das wäre eine nette Nebenquest gewesen, oder? Warum hat man da nicht wenigstens 20 Rubine versteckt? Ich habe unsere Lebenszeit verschwendet. Leute, das sind sie, die sogenannten Filler-Episoden. Tut mir leid. Leute, ich sage es euch nochmal, wir haben drei heilige Steine. Wo sind sie? Wo sind sie? Komm, wir müssen sie anschauen. Ja, ich mache weiter mit den Fillern. Hier sind sie. Guckt es euch an. Alter, Alter. Und 22 Skulltulas. Das heißt, wir können uns die nächste Belohnung abschauen. Abholen. Dementsprechend werden wir, bevor wir zur Prinzessin Zelda gehen, nochmal... ganz kurz beim... beim Kakariko vorbeischauen. So, Raffi. Ja, wisst ihr was? Wir können auch mal hier durchtauchen. Denn dadurch, dass wir jetzt so lange tauchen können, können wir hier durchtauchen. Guckt es euch an, Freunde. Zack, und jetzt sind wir hier in den verlorenen Wäldern. Ja, in den verlorenen Wäldern gibt es ja auch einen Zugang zu Koronia. Wie wir bereits wissen. Und auch hier zum Zora-Flus. Also, das ist wirklich so eine Art Schnellreise. Wo sind wir jetzt hier? Oh mein Gotti. Servus. Wer, wer geht mir? Darf ich dir Dekonisse anbieten? Fünf Stück. Kosten 20 Rubin. Leck mir den Arsch. Nein. So. Aha, Leute. Wir wissen, was man mit Löchern in der Erde tun sollte. Jawohl. 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 Hm, wieso sind hier Schmetterlinge? Aha. Waldbühne. Wir warten darauf, dass du uns deine hässlichste Fratze zeigst. Einzigartige Preise zu gewinnen. Ja, Leute. Hier haben wir eine hässliche Fratze. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Ich glaube, sie freuen sich. Holy Shitty. Haut ab. Ich bin froh darüber. Jawohl. Schade, dass es keine Mischi-Maske gibt. Sonst wären sie noch froher. Was soll ich jetzt machen? Ich bin berühmt. Und ich bin berühmt. Hallo. Hier bin ich. Aha. Meine Brüder und ich sind uns einig. Du siehst genauso aus wie unser heiliger Totem. Nimm diese Deko-Stäbe als Zeichen unserer Ehrfucht. Zudem werden wir dafür sorgen, dass du nun mehr tragen kannst. Oh, Will, God, oh, Will, God, oh, Will. Jetzt kannst du insgesamt 30 Deko-Stäbe tragen. Sehr gut. Ja, Leute. Von diesem Ort wusste ich eigentlich früher nie was. Habe ich irgendwie, ja, nie gefunden. Und habe ich durch das Projekt von Lookslike-Link gefunden. Ah, Leute. Aber hey, es trifft sich gut, dass man... Fuck, was habe ich jetzt drückt? Ah. Es trifft sich gut, dass man jetzt hier sind. Denn... Tatsächlich der, der diese Maske haben will, befindet sich auch hier. In diesem Ort. Glaubt es oder glaubt es nicht, Leute. Wir sind, wir sind schon begegnet dem Vieh oder dem Wesen. Müssen wir hier nämlich und hier nochmal da gehen. Gerade aus. Ihr wisst schon, wer es ist, Leute. Genau. Hey, du da, unter der Maske, bist du nicht der junge Kokiri? Ja. Eine coole Maske hast du da. Echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute schocken. Hey, gibst du sie mir? Gibst du mir die Maske? Ja, sehr. Cool. Ich werde sie immer tragen. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Den Verlust musst du aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Ja, so kann es gehen, Leute. Jetzt haben wir dem Horro-Kit eine Maske geschenkt, Leute. Das Horro-Kit steht auf Masken, offenbar. Ja. Diese Maske wird es jetzt immer tragen. Hoffentlich wird es nie eine andere Maske tragen, oder, Leute? Leute, ihr kennt euch aus. So, Leute. Wollen wir jetzt hier auch gerade hier im Dekowald sind? Kokiri-Wald, sorry. Dekowald. Gehen wir auch gerade zum Dekobaum zurück. Ich weiß, hier kann man auch ein Ding ins Pflanzen, aber das ist nicht so wichtig. Also, der führt uns, das führt uns dann nur zu ein paar Rubine. Denn mittlerweile, Leute, könnt ihr euch erinnern, haben wir nämlich die Bomben. Jetzt müssen wir wieder in die Leiche des Dekobald. Alter, wie grau der aussieht. Alter, voll traurig. Ja, da gab es ja eine Passage, wo man tatsächlich Bomben brauchte. Könnt ihr euch erinnern? Und damals, das war der erste Dungeon, Freunde, hatten wir natürlich noch keine Bomben. Jetzt haben wir welche. Dementsprechend, schauen wir mal, was ich da... Lol. Habt ihr das gesehen? Ist ja cool. Voll da gelandet. So, jetzt haben wir ja hier den Block ja eh schon. Können hier durchkriechen und dann müsste es da eh schon sein. Ah, Leute, ich sag's euch. Ein bisschen Backtracking, aber das ist ein optionales Backtracking, Freunde. Wir haben halt Forscherdrang. Guckt, hier war das. Man muss sich halt nur erinnern. Aha, hier war was. Dann wird das schon. So, diese Pflanze kann sterben gehen. Ne, kann sie nicht. Ja, gut, dann hört man sie halt so. Aha. Und was ist hier? Es hört... Ich hör ein Rascheln. Und es ist eine Skulltula. Leute, es hat einen Grund, warum ich nicht sofort nach dem zweiten Dungeon hier hingekommen sind, denn obwohl man die Bomben hat, braucht man dann dafür den Boomerang, weil sonst kann man diese Skulltula nicht erreichen. dementsprechend geht man da erst nach dem dritten Dungeon, nach dem Fisch hin, weil guckt mal, ich kann hier nicht hochklettern. Wie soll ich jetzt diese goldene, goldene, totem Dingens holen? Mit dem Boomerang. Jawohl. Also, Leute. Gecheckt, gecheckt. So. Hm, hm, hm. Dekobaum. Jetzt könnt ihr hier im Dekobaum, neben dem Schriftzug im Dekobaum, seht ihr jetzt das Skulltula-Zeichen. Wir haben alle Skulltulas in diesem Dungeon gefunden. So, jetzt versuchen wir gerade mal hier dieses Ding hier auszuprobieren. Müsst ihr uns zum Anfang zurück teleportieren? Episch. Oder? Ne, war andersrum. Du hast VWs Kräfte besporen. Zum Teleporter zurück. Teleporter entfernen. Aha, so funktioniert das. So funktioniert das, Freunde. Ich hätte den Teleporter am Anfang des Levels platzieren sollen. Also halt vom Eingang. Ranschen-Eingang. Dann hätte das geklappt. Dann hätte ich einfach ganz normal zurückgekont. Aber ja. Ist ja nicht so schlimm, Leute. Gibt's Schlimmeres, oder? So ist das Skulltula... Nein! Shitty! Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Schön, oder? Nein, hier ist Kaffee. Kann ich hochklettern. Jawohl, Leute. Ja, haben wir ja doch schon auch... Ähm... Auch schon einiges erreicht in diesem Part. Also nur so... Es war nur so Klein-Kram. Maske abgegeben. Deku-Tasche gekriegt. Die Große. Und hier noch eine Skulltula geholt. Nee, ich muss sagen... Wir nützen unsere Zeit effizient. Alles so optional. Ja, ich hätte ja jetzt gleich zu Zelda rennen können. Hätten wir machen können, Freunde. Aber... Tschüss, Deku-Baum! So. Wie läuft man hier schnell? Rückwärts. Der Rückwärtsgang ist der schnellste, Leute. Guckt euch an. Die ganzen Speedrunner nutzen auch nur den Rückwärtsgang immer. Ja, komm. So, wir verlassen unseren geliebten Kokiri-Wald hier wieder. Denn im Moment gibt's hier nix für uns zu tun. Wir haben schon alles erledigt. Und ein paar Groschen rausholen. Passt schon. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir noch kurz nach Kakariko. Könnt ihr euch noch erinnern hier? Gänsehaut-Szene hier. Ja, wir müssen noch kurz nach Kakariko. Julianische Steppe, Leute. Stell dir vor. Wir holen uns dann die Belohnung vom Skultular-Trottel ab. Eigentlich könnte man... Die Skultular ist in Dodongos Höhle auch gerade holen, oder? Alter, guck dir mal das an. Wieso ist das Zugtor geschlossen? Obwohl Tag ist, das schließt doch nur... Das schließt doch nur bei... Nacht. Das ist ein Bug. Hm. Keine Ahnung, Freunde. Guckt euch an, glaubt's oder glaubt's nicht. Das ist zu... Shitty. Weiß ich nicht. Können wir schon noch rausfinden, Freunde. Ah, warte. Ich warte kurz, bis es Nacht wird. Denn beim Friedhof ist ja auch noch eine Skutula. Wenn ihr euch erinnern könnt. Aber nur nachts. Damals hatten wir keinen Boomerang. Jetzt schon. Können wir uns das Vieh holen. Ich warte kurz auf den Wolf. Alter! Alter! Alter, was ist das? Sonne. Okay. Alter, was für eine finstere Nacht. Ekelhaft, oder? Was sagt ihr? Servus. Ah, der Wachposten hier. Der ist auch immer... immer Einsatz. Wahnsinniger Kerl, oder? Ja. Ah, Kuh. Ah, die. Ah. Ah, Kuh. Kuh. Boris, der Totengräber. Hallo, Eliano. Ich hoffe, das hat er nicht gehört. Bringt mich sonst um. Servus da oben. So, seht ihr? Kann ich sogar anvisieren. Aha, goldene Skuldala. So, wie viel haben wir eigentlich jetzt? 24, ja, ja. So, Leute. Hier gibt es auch ein Feld, wo man so eine Wundererbse hinpflanzen kann, aber davon würde ich abraten. Wir werden dann schon noch sehen, warum. So, dann gehen wir noch schnell hier. Koronenberg rüber, Todesberg. Ja, ich weiß, ich zögere das ein bisschen heraus, Leute. Ihr merkt es schon. Aber es muss, so Kleinkram muss halt jetzt noch erledigt werden, solange wir, ja. Ich weiß, jeder von euch kennt das Spiel, aber ich will es halt trotzdem nicht spoilern. Er hat die Maske immer noch nicht seinem Sohn gegeben. Mir soll es recht sein. Mir wurscht. So, dadurch, dass wir Bomben haben... Geh weg, Wurschtuch. Okay. Haben wir hier eigentlich schon alles Kulturas rausgeholt, die es hier gibt. Der Verrückte schon wieder. Okay, ja, Hammer. Passt, Leute. So, gehen wir kurz in die Dongo-Höhle. Leute, ihr könnt euch erinnern, hier an diesen Trick hier mit dem Rückwärtssalto. Und so ein allseits beliebtes Trick hier habe ich euch ja schon gezeigt. So kann man an das Herzteil kommen. Das ist aber der inoffizielle Weg. Der offizielle Weg wäre mit Hilfe von dieser Wundererbse. Aber ja, man muss das Spiel ein bisschen austricksen. Dongo-Höhle, ihr könnt es sehen, Leute. Neben Dongo-Höhle ist noch kein Skutula-Zeichen. Aber das wird sie nachher hoffentlich gleich einmal ändern. Ach so. Jetzt kann ich das einsetzen, oder? Besser, oder? Teleporter entfernen. Machen wir einen neuen Teleporter. Alter, könnt ihr jetzt tatsächlich zurück in den Dekobaum mich teleportieren? Nee, weißt du nicht. So, und jetzt das Vieh, das uns noch fehlt, ist auf dieser Seite, oder? Na los, na los, na los! Zack! Ja, genau, müssen wir das mit der Stiege hier nochmal machen. Ähm. Immer wieder geil. Keine Ahnung, wer das zurück in den Ursprungs, ja, Dingens gemacht hat wieder. Hier oben seht ihr schon das Vieh. Wie kommen wir jetzt hier... Kannst du das nicht erreichen, Link? Shit, kann man das jetzt noch gar nicht erreichen? Bin ich dumm. Guckt euch an, da vorne. Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht erreichen, Leute. Shit, die tut mir leid. Habe ich wieder scheiß erzählt. Alter, Leute. Tut mir leid. Das kann ich jetzt noch gar nicht erreichen, offenbar. So, ich setze hier glatt. Noch ein Teleporter. Das müssen wir also später holen. Dumm. Dumm. Ja, genau, genau. Ich trottel, Leute. Ja, sorry für die Zeitverschwendung. Das hätte ich wissen müssen. Aber hier müsste eine Skulptula sein, die wir uns holen können. Nein, du Penner. Du Scheiße. Ja, jetzt haben wir das auch erlebt. Eigentlich wollte ich das Schild bis zum Ende des Projekts behalten, aber... Die Fledermaus hat das tatsächlich verhindert. Shit, du Arschloch. Shit. Ja, weil dieses Kokiri-Schild, oder halt dieses Holzschild, das war einmalig. Das werde ich so in dieser Form nimmer kriegen. Hier war das, oder? Nee, Moment mal. Hier gab es doch auch noch eine Skulptula, oder? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Offenbar schon, Leute. Ja, zum Teleporter zurück. Okay, das war jetzt pure Zeitverschwendung. Ähm, gern geschehen, Leute. Nein, was ist los? Ich weiß nicht, was ich da jetzt in Erinnerung hatte. Tut mir leid. Das hat uns jetzt gar nichts gebracht, unser Ausflug hier zum Corona-Berg. Gar nichts. Zeitverschwendung halt. Aber, Leute, ein bisschen die Gegend durchstreifen. Ja, gut. Ah, etwas hat es uns gebracht. Das ist mein Schild hin. Ganz toll. So. Jetzt gehen wir hier in das Skulptula-Haus, schauen, was er uns gibt. Dafür, dass der zweite Bengel jetzt, äh, ja, wieder lebt, oder halt wieder ein Mensch ist. Na, aber es wird sein. So, von dem Abzwickten haben wir schon, oder? Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Ja, schein des Wissens. Benutzt du ab jetzt dein Rumble-Pack? Reagiert es auf naheliegende Geheimnisse? Aha. Okay. Ja. Bei 30. Komm mal wieder her. So lange dauert es ja nicht mehr. Rumble-Pack. Ja, der Wii U-Gamepad hat ja zum Glück Rumble. Dementsprechend müsste ich bestens informiert werden. Wenn sich ein Geheimnis in der Nähe befindet. So, Leute, jetzt gehen wir aber zu Zelda, oder? Was glaubt ihr, oder? Ne, wisst ihr was? Jetzt gehen wir nochmal angeln. Ich will angeln. Spaß, Freunde. Alter, was für ein Nebelschleier hier war. Was für ein Wetter. Wir haben morgen. Wir haben morgen. Und haben keine Sorgen. Und die Tür ist immer noch nicht offen. Schickt ihr, oder? Wie kommen wir da jetzt rein? Oh, oh. Was ist jetzt passiert? Was habe ich kaputt ge... Macht. Das kommt uns doch bekannt vor. Zelda und Impa. Verdammt, sie sind fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Narr. Du hast Mut. Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Armseliger Tropf. Weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf. Ich bin Ganondorf. Der König der Gerudos. Alter, alter, alter Leute. Das haben wir geträumt. Erinnert ihr euch noch an den ersten Part? Der Albtraum, wo der war? Ja. Zelda ist geflohen. Zelda ist geflohen. Gernendorf hinterher. Wir stehen jetzt alleine im Regen. Leute. Krass, du sagst, Zelda ist jetzt weg. Soll man sie suchen? Keine Ahnung. Aber es hat irgendwas ins Wasser geworfen. Was mag das sein? Schau mal nach. Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Mischi, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Ich kann dich nicht hören, aber ich kann dich lesen. Mischi, nun, da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Das Lied öffnet das Zeitportal. Hymne der Zeit gespielt. Hymne der Zeit gespielt. Wohl an, Mischi. Spiele diese Melodie in der Zitarelle der Zeit vor dem Zeitaltar. Machen wir mal. Leute, krasse Sachen sind uns passiert. Shitty. Ich kann es nicht glauben. Jetzt haben wir die Ocarina der Zeit. Zelda ist weg. Und ja, wir müssen zu dem Zeitportal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das machen wir beim nächsten Mal. Happy Gaming. Und ja, bleibt dran. Tschüssi.